Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von OKCOOL trifft, dem Format hier bei OKCOOL, in dem ich, Domschott, freier Journalist, jede Woche einen Menschen aus der Spiele und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Und genau das habe ich selbstverständlich auch diese Woche wieder getan. Ich halte zu Gast den wunderbaren Christopher Wulff, der sich unter anderem dieselbe Haarfarbe mit mir teilt, beziehungsweise er ist auf der Farbpalette ein bisschen woanders als ich, aber im Grunde sind wir beide Roteige. Das verbindet schon mal grundsätzlich, aber auch das Interesse an seiner Arbeit hat uns verbunden, nämlich Christopher macht, oder eigentlich ja Chris, eigentlich nennt ihn die ganze Welt Chris, ist wie bei mir Dom und Dominik. Jedenfalls, Chris macht sehr viele spannende Sachen. Es ist gar nicht so einfach, in wenigen Worten zu sagen, was er denn tut. Er hat in der Vergangenheit an ganz unterschiedlichen Orten und mit ganz unterschiedlichen Menschen gearbeitet. Ich glaube, der rote Faden, oh, no pun intended, der rote Faden ist, er zum einen reist unheimlich gern und zum anderen ist er sehr gut darin, mit Entwicklerinnen und Entwicklern zu sprechen, Beziehungen zu pflegen, zu organisieren, Problemchen zu lösen. Und so erklären sich auch seine bisherigen Stationen in der Spielebranche, was seine Jobs angeht. Er war zum Beispiel Assistant Producer bei Selmy Games, dann war er Developer Relations Zuständiger bei der Indie Mega Booth 2017 bis 2019, die kennt man ja tatsächlich. Oder kurz danach war er zum Beispiel bei Supercrowd, Head of Communications, also Supercrowd, die Veranstaltungsmannschaft, Team, die einige Veranstaltungen rund um die Spielebranche organisieren. Da hatten wir hier auch zuletzt die Valentina Birke zu Gast, die auch aus diesem Team kommt. Und so setzt sich das Berufsbild von Chris Wolff zusammen. Es ist, wie gesagt, gar nicht so einfach. Auch jetzt aktuell ist er in einer ganz spannenden Phase, er ist in einer Orientierungsphase. Er hat jetzt einige Zeit eine Auszeit genommen und erst mal geguckt, wo möchte er denn als nächstes landen. Und er hat tatsächlich auch schon was gefunden. Darüber werden wir in der Folge sprechen. Wir werden aber auch darüber sprechen, wie es ihm so in der Pandemie erging und er geht. Denn, wie gesagt, er ist ja ein sehr reiselustiger Mensch, auf das musste er verzichten. Auch die Arbeit, die er normalerweise macht, also viel Kommunikation, viele Absprachen, viele Gespräche mit anderen Menschen, auch das war ja nur sehr eingeschränkt möglich oder ist nur sehr eingeschränkt möglich. Und wie er damit umgeht und zurechtkommt, darüber haben wir gesprochen. Wir sind aber auch so ein bisschen noch in die Vergangenheit gereist, selbstverständlich wie immer, und haben auch mal ein bisschen geguckt, wo sind denn so die ersten Fußspuren von Chris im Internet. Und dann habe ich auch ein bisschen von meinen ersten Spuren im Internet erzählt. Und es war alles ganz nett. Es war alles ganz nett und schön. Es hat mir gut gefallen. Also ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge mit Christopher Wulff und wir hören uns im Anschluss nochmal ganz kurz wieder. Was ist das denn für ein Mikro, was du davor ja stehen hast? Oder um den Kopf hast? Ich habe so ein Rode, so ein kleines Rode-Mikrofon. Das ist, ja, besser beschreiben kann ich das nicht. Also ich glaube schon was, was heißt was Besseres? Also es kostet, glaube ich, ein hunderter vernünftiges Mikro, so gesehen, soweit ich das weiß. Ist das ein Tisch-Mikro oder hast du das um die Ohren? Ich habe das an so einem Arm quasi. Ach ja, an so einer Angel. Ich bin immer so ein bisschen versucht, ich habe das in der letzten Zeit immer häufiger gesehen, auch bei Menschen, die vor allem professionell auch podcasten, dass die diese Headsets benutzen. Also wirklich auch diese, dass es so aussieht, als würden sie gleich in ein Flugzeug steigen oder so hinfliegen, richtig mit den dicken Dingern auf den Ohren und dann so einen richtigen Buschel vor dem Mund. Und das sind Audioqualitäten, wo ich mir denke, das sieht komisch aus, aber es klingt richtig gut. Und vielleicht, also ich bin ja auch gerade am überlegen, ob das vielleicht ein Umrüstwert wäre. Ja, super. Ich meine, am Ende des Tages geht es ja um die Audioqualität vorerst. Und wenn, auch so ein Hetze. Ich meine, so blöd wird das ja jetzt auch nicht aussieht, dass man sich sagt, ja, hier, dann lieber die schlechte Raudequalität. Ja, hast du, ich denke gerade darüber nach, beruflich musstest du doch bestimmt dann mal irgendwann dir was Ordentliches anschaffen. Ist es dieses Gerät gewesen oder gab es vorher noch ein Vorgängermodell? Es gab im Vorfeld noch ein kleines, was habe ich hier hinter mir liegen? Moment. Bin hier mal gespannt. Das war ein, also nicht Samsung, sondern Samson, S-A-M-S-O-N. So ein kleines Mikro, 40 Euro oder sowas. Relativ kompakt, aber auch wiederum was, was ich quasi so an dem, an so einem Greifarm hatte. Das hat auch vernünftig funktioniert, aber mit der Zeit hinweg gab es dann auch schon ein paar Störgeräusche hier und da. Aber es ist sehr praktisch gewesen zum Reisen, kann man einfach schnell einstecken und es funktioniert eigentlich immer. Und das war okay. Ja, das ist, das ist was, was jetzt auch mittlerweile bei mir so ein bisschen in den Vordergrund rückt, so langsam. Aber man muss es ja ganz vorsichtig sagen, aber die Vorstellung, vielleicht mal Leute zu besuchen mit so einem Audio-Equipment, da jetzt mal zu recherchieren, was bräuchte man eigentlich dafür, was muss man da sich so anschaffen. Und das ist ja nochmal eine ganz neue Technikwelt, die sich da öffnet. Also das sind so, da habe ich das Gefühl, kann man auch sehr viel falsch machen. Also ich weiß nicht, ob das eine Fortee von dir ist, aber ich gucke da drauf und muss dann Freunde fragen, Leute fragen, die sich damit besser auskennen als ich. Klingt mir genauso. Bei mir war es mein ehemaliger Chef, immer noch ein guter Kumpel von mir, der mich quasi ständig berät, was Technik angeht oder wenn ich irgendwelche Fragen habe oder wenn ich mir einfach, egal was für technisches Equipment, wenn ich mir was Bestimmtes zulegen möchte, frage ich einfach ihn, weil er hat gefühlt zwei Tage damit verbracht, das Beste auf dem Markt, was Preis-Leistung angeht, sich rauszusuchen in egal welcher Kategorie. Und dann bin ich damit immer meistens ganz happy. Aber ansonsten fliege ich da auch zu schnell auf die Schnauze und kaufe dann irgendwas, was nach drei Wochen sich als als fähig herausstellt. Hey, das ist so krass. Wenn ich so drüber nachdenke, ich habe ganz, also ganz, ganz früh in meinem beruflichen Leben, ich möchte jetzt hier keine Namen nennen, weil ich mir nicht sicher bin, wie viele Anwälte da jetzt gerade zuhören, aber ganz, ganz früh in meinem beruflichen Leben war ich wo angestellt und dort sagte man sich, ach guck mal, dieses Twitch und so, wir sollten uns das auch mal näher anschauen und mal was machen. Und der damalige, weiß ich nicht, Chef, Geschäftsführer, bin mir selbst nicht so sicher, der ist auch gar nicht mehr in der Branche drin, der war ein Mensch, der sehr schnell an die Grenzen seiner Beherrschung kam und dann sehr schnell immer sehr wütend wurde, hatte auch so das Körperbild, wo du dachtest, boah, im Notfall hebt er dich einfach hoch und wirft dich aus dem Fenster. Und er hat mit so einer ziemlichen, ja, also wie sage ich, im Grunde hat er gebrüllt und hat gesagt, ich und ein Kollege von mir damals sollen jetzt zum Alexanderplatz fahren und uns die Kabel kaufen, die wir brauchen, um einen Twitch-Kanal einzurichten und wir hatten ja gar keine, also überhaupt keine Ahnung, also gar nichts, also null Verständnis von Technik und von Klinkenkabeln, gar nichts, plus obendrauf selbstverständlich auch nicht von OBS oder so, das war auch in einer Zeit, wo das noch gar nicht so easy to use wie heute ist, wo du gefühlt das Ding einfach runterlähnst, diesen Launcher oder dieses Streaming-Programm da und dann einfach loslegen kannst, also fast unmittelbar. Und das war alles ein bisschen schwieriger und dann haben wir uns diese Kabel gekauft und die waren natürlich alle falsch und dann wurden die, also ich erinnere mich an Kabel, die durch den Raum geworfen wurden und daran muss ich denken, wenn ich an Twitch und dieses Audio-Equipment denke. Das war schon ein Stück weit traumatisierend und in jedem Fall gegen jegliche Arbeitsschutzbestimmung. Ja, ist vielleicht auch immer besser, dass die Person nicht mehr in der Branche unterwegs ist. Ja, das war ein bisschen schwierig. Aber jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, du bist jetzt auch schon selber eine ganze Weile in der Spielebranche unterwegs, hast du auch vor allem vielleicht, weiß ich nicht, zu Beginn deines Berufslebens, wo man es ja vielleicht auch noch gar nicht besser weiß und vor allem auch keine Ahnung hat, wie man mit sowas umgehen soll, auch solche Erfahrungen gesammelt? Also du musst jetzt nicht sagen, wie viele Kabel dir auch schon an den Kopf geworfen wurden, aber war dein Einstieg in die Spielebranche ein schöner oder musstest du da erstmal so ein bisschen auf die Schienen finden, die dich zum Glück führen? Ach, generell kann ich mich da gar nicht beschweren. Ich habe, glaube ich, auch relativ viel Glück gehabt, was so meinen Chefs anging über die Jahre. Ich habe ja angefangen hier in München bei einem kleinen Entwicklerstudio namens Salmi Games bei dem Yassin und der hat mich wahnsinnig gut aufgenommen und mir auch wirklich viel Raum geboten, um mich da selber zu entfalten und zu entwickeln. Ich war da auch immer relativ transparent, als ich in die Branche eingestiegen bin. So hier, das kann ich, aber das sind die ganzen Gebiete, wo ich keine Ahnung habe. Und das kam eigentlich immer relativ gut an. Und dementsprechend, wenn man mal einen Fehler macht, dann sind die Leute eigentlich auch darauf vorbereitet, weil man halt auch ganz klar und transparent gesagt hat, hey, hier, damit kenne ich mich nicht aus. Ich habe da auf jeden Fall Lust drauf und werde mich da gerne reinfuchsen in die Thematik. Aber naja, ich kenne mich halt nicht aus. Und dementsprechend war das über die Jahre eigentlich immer relativ glücklich und relativ smooth. Klar gibt es mal Situationen, wo man ein bisschen an sich aneinander gerät und vielleicht anderer Meinung ist. Da gab es auf jeden Fall eine Situation, die ich in Erinnerung habe auf einer Messe vor ein paar Jahren, wo man generell sehr andere Vorstellungen hat zum Arbeitsablauf. Und das Arbeitsverhältnis dann, naja, kurz oder im Nachhinein, ich glaube, von beider Seiten auch nicht unbedingt freudig geendet ist. Aber mittlerweile ist das alles wieder schön und gut. Aber ja, insgesamt hatte ich da jetzt keine riesen Side Effects, nennen wir es mal so, oder Ereignisse, die auf mich zugekommen sind, glücklicherweise. Auf meinem Recherchepapier steht, dass du bei Salmi Games Assistant Producer warst. Was macht ein Assistant Producer bei Salmi Games? Führ mich mal da so hin und erklär das mal jemandem, der sich noch erklären kann, was ein Producer macht. Aber was genau hast du denn da als Assistant Producer gemacht? Ich glaube, also zuallererst wirft man erstmal alle Vorstellungen über einen Producer über Bord, weil so der Titel Assistant Producer, da sind wir irgendwie drauf gelandet. Aber es hat im Endeffekt nicht viel bedeutet. Bei Salmi Games, zu dem Zeitpunkt, wo ich da war, waren wir, sagen wir mal, drei, vielleicht vier Personen, die an den Projekten involviert waren. Nennen wir unseren Chef, den Yassin. Wir hatten meinen Kollegen, einen Programmierer, der Vollzeit an den Projekten gearbeitet hat, die wir da erschaffen haben bei Salmi Games, also Mobile-PC-VR-Titel. Und dann noch einen externen Komponisten, der in München relativ viel, oder quasi in allen seinen Projekten die Finger mit drin hat, den Filippo. Und als Assistant Producer bin ich reingekommen, quasi noch als Student, mein eines Semester, das ich da absolviert habe, parallel zu dem Job und habe so ein bisschen von allem gemacht. Also es ging dann um Social Media, ging dann darum, irgendwie an der Steam-Page zu arbeiten, so mit den Trailer zu schnippeln für unser Projekt, das wir da gerade am entwickeln waren, aber auch Presse anschreiben, auf der Gamescom irgendwie Präsenz zeigen. Ich war damals auch noch auf eigene Kosten, weil ich da Bock drauf habe, aber in Boston auf der PAX East und habe unsere Spiele gezeigt. Also so ein bisschen von allem viel Marketing fokussiert, aber auch generell so ein bisschen Creative-Zeug oder dann eine Play-Session organisiert mit befreundeten Entwicklern, um Feedback für unsere Titel zu bekommen. Also so ein bisschen von allem. Ich habe das immer so erklärt, dass ich quasi alles gemacht habe oder so ein bisschen von allem an dem Projekt gemacht habe, außer dem Programmieren oder mehr oder weniger alles gemacht habe, was den Programmierer vom Programmieren abhalten würde, damit der Programmierer sich einfach darauf fokussieren könnte. Natürlich nur ein gewisser Kapazität, weil als Studentenjob nebenbei gibt es halt nur so viele Stunden am Tag. Was hast du denn eigentlich studiert? Ich habe Medienkommunikationsmanagement studiert, aber wie gesagt auch nur ein Semester und dann quasi den Direkteinschick in die Branche gefunden. Krass. War das so dein Plan von Anfang an? Studium ist so ein bisschen Platzhalter und du willst da so schnell wie möglich rein? Oder war das so eine Fügung? Was war denn überhaupt so der Plan, wo du zum allerersten Mal, weiß ich nicht, in den Hörsaal betreten hast und gesagt hast, so, jetzt Uni? War das das Ziel, so schnell da reinzukommen oder mit welchen Gedanken bist du in diese Uni-Welt gestartet? Uni war für mich eher so das Thema, naja, was macht man nach dem Abi? Gut, Uni, dann wird das der Fall sein. Und habe ich relativ schnell gemerkt, also es war auch schon im Abi klar, dass ich nicht sehr gerne diesen Frontalunterricht habe oder mich nicht gerne einfach hinsitzen in den Hörsaal und Themen abklappert, die mir am Ende des Tages nichts bringen. Dementsprechend war mir, war die Entscheidung dann aufzuhören auch relativ einfach für mich. Aber im Endeffekt, ja, ich wollte ursprünglich eigentlich Spielejournalist werden, ganz früher. Ach. Halb noch mit der Einstellung bin ich auch ins Studium reingegangen, aber da war mir auch, glaube ich, schon im Inneren relativ klar, dass es nicht das Wahre für mich ist. Wie hast du es gemerkt? Also das ist ja was, was jetzt nicht automatisch mit dem Studium kommt, ne? Außer man studiert das und merkt, obwohl ich weiß es nicht, ne, wie kam das denn dann? Wie kam diese Erkenntnis? Ich fand Recherchearbeit immer wahnsinnig interessant. Was mir überhaupt nicht liegt, ist dann die Worte auf, naja, die richtigen Worte finden, um mich zu artikulieren und wirklich dann einen Artikel am Ende des Tages zusammenzufassen. Und das habe ich dann mit mehrfachem Ausprobieren und auch ein paar Monaten als, wie kann man das sagen, so als Volentier-Contributor zu einer deutschen kleinen Games-Shooter-Blog-Seite dann auch einfach für mich gemerkt, dass das nicht das Wahre für mich ist. Und bin dann ganz zufällig so in die Games-Event-Branche reingefallen schon fast, wo es mich dann eben neben Salmi Games als erstes in der Branche reingezogen hat. Das war alles relativ zufällig, aber ich habe dann schon für mich selber erfahren, dass so der Spielejournalismus, ich da wahnsinnig viel Respekt vor habe, aber es mir einfach nicht liegt. Ich bin jetzt ein bisschen neugierig. Traust du dich zu sagen, wo das erschienen ist, oder ist das so Teil der Vergangenheit, den du am liebsten zudecken möchtest mit einer ganz dicken Decke? Nee, Quatsch. Ich weiß auch gar nicht, ob das noch existiert. Ja, ich habe Google schon auf und sag mal. Das war früher Shooter-Szene.de, glaube ich, nannte sich das. Das kenne ich ja gar nicht. Nee, also ... Das kenne ich ja überhaupt nicht. Ich bin da auch nur durch Zufall drauf gestoßen irgendwann mal auf Facebook, weil so Games-Industrie-Leute sich ja immer alles hin und her posten. Und das war unter der Führung von, ich glaube, ehemaligen EA-Deutschland-Leuten. Oder zumindest stecken die da irgendwie mit drin im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis. Es war alles so ein kleines Netzwerk an sich. Aber da ist man irgendwie so reingerutscht. Ich habe ein paar Monate täglich oder alle zwei Tage dann einen Blog veröffentlicht oder einen kleinen Newsartikel veröffentlicht und habe mich da so ein bisschen selbst entfalten können. War auch wahnsinnig cool, aber naja, dann halt einfach am Ende des Tages auch nicht das, wofür mein Herz höher geschlagen ist. Mhm. Also die Seite gibt es tatsächlich noch. Ich habe jetzt mal über die schnelle Suche jetzt keinen Artikel von dir gefunden, auch deinen Namen oder nicht. Oh, wow. Okay. Das trifft mich jetzt natürlich. Es könnte natürlich auch sein, dass, weiß ich nicht, also ich nehme so, wie ich als Mensch gestrickt bin, immer erst mal an, ach, bestimmt technischer Fehler. Da gab es bestimmt mal ein Datenbank-Update, deswegen ist der Name rausgerutscht. Aber ich glaube nicht, dass die Tabula Rasa gemacht haben mit deiner Arbeit da. Aber weißt du noch ein Spiel, was du da, was du da reviewt hast oder so? Das Einzige, was noch hervorsticht, weil es einfach gar nicht in die Thematik reingepasst hat, aber ich trotzdem gemacht habe, war ein kleines Indie-Game namens Anne. Das ist A.N.N.N.E. Aber es kann gut sein. Ich meine, das sind mittlerweile Jahre, dass da einfach irgendwann mal gesagt wurde, gut, jetzt wird einfach nur gecleared und wir fangen quasi von vorne an. Wirklich? Ich schicke es dir mal hier in den Chat rein, da kannst du, also wenn da jetzt ein nostalgisches Interesse besteht, ich habe dir das mal reingehauen, das ist tatsächlich schön. Also ich lese das jetzt nicht durch und nicht vor, aber ich finde das ganz schön, wenn solche Spuren im Internet des Eigenschaffens noch da sind. Also man findet auch noch meinen allerersten Test, den ich jemals geschrieben habe, da war ich sogar noch, eigentlich noch zu 80 Prozent Archäologiestudent und der Rest war so freier Journalist. Da habe ich noch in München gewohnt, eine ganz kurze Phase. Und da habe ich für, tatsächlich für Gameswelt mein erstes Review geschrieben und ich glaube, es war Dead Space 2 oder so. Irgendwie so. Und das traue ich mich heute auch nicht mehr durchzulesen, weil ich glaube, das ist sehr floskelhaft, weil ich es nicht besser wusste. Aber das weiß ich noch. Und ich finde immer diese Spuren so schön, so dieses, ne, die Spuren, die man hinterlässt, das mag ich, das hat fast schon was Romantisches. Ja, auf jeden Fall. Ich bin jetzt doch ganz fasziniert mal auf diesen Link gegangen. Und das ist schon, so ein bisschen Fremdschämen ist schon dabei, aber es ist spannend. Was ist denn da Fremdschämen für dich? Wo guckst du da drauf und denkst dir, oh Gott, oh Gott. Ach, generell so Floskeln, die hier drin sind oder auch die Art und Weise, wie ich schreibe, das ist alles sehr aufgesetzt. Also ich weiß noch, weil das ein längerer Artikel für meine Verhältnisse war, das war halt eben sehr viel, also sehr newslastig damals. Sonst habe ich hier wirklich sehr, sehr viel Zeit reingesteckt. Und das Ganze dann auch als YouTube-Video so eingesprochen, also mit exakt demselben Text. Das klingt ja wahrscheinlich noch schlimmer. Aber nee, schön. Ich bin irgendwie dann doch sehr happy, dass das im Internet doch noch zu finden ist. Oh Gott. Es gibt auch noch mein erstes Video, das ich selber mal geschnitten und eingesprochen habe. Da verrate ich aber jetzt, glaube ich, wirklich nicht, weil das noch online ist. Und das war, da habe ich letztens mal reingehört, das war ganz schlimm. Also da bin ich selber überrascht, dass meine damaligen Chefs gesagt haben, das veröffentlichen wir so. Das ist schon hart. Also ich denke mir dann, was man alles lernt. Es ist wahnsinnig, was man alles über diese Zeit lernt. Und ich finde es ja auch ganz schön, dass sich da schon bei diesem Anne-Test so ein bisschen der rote Faden gezeigt hat. Denn du hast schon selber gesagt, ein Indie-Spiel für eine Seite, die eigentlich dediziert für Shooter ist. Da kommt schon, finde ich, schon vor acht Jahren so dieser rote Faden durch, mit dem ich dich zumindest, und ich glaube auch viele andere Menschen verbinden, nämlich dieser intensiven Beziehung zu Indie-Spielen und der Indie-Szene. Und von hier kann ich fantastische Brücke schlagen zurück zu deiner Biografie. Denn nach deiner Arbeit als Assistant Producer bei Salmi Games, wo du ja sagtest, dass du dich überall so ein bisschen umprobieren konntest, bist du als nächstes gelandet bei den Developer Relations von der Indie-Mega-Booth. Und die kennt man ja zum Beispiel von der Gamescom. Und dort hast du dich ja um die Developer Relations gekümmert. Und wenn ich das so auf meinem Zettel ja angucke, und das ist gleich die Frage an dich, dann sieht das so aus, als hättest du bei Salmi Games alles ja so ein bisschen probieren können und gemerkt, aha, das macht mir am meisten Spaß, der direkte Austausch mit Entwicklerinnen und Entwicklern. Ja, das fasst es, glaube ich, relativ gut zusammen. Ich war zu dem Zeitpunkt auch relativ neu, was so diese ganze Indie-Thematik anging. Also jetzt im 2013 ist ja der N-Artikel erschienen. Indie-Mega-Booth ging dann los, das muss zu 16 gewesen sein. 2017, richtig. Ja, zu 16. Ich glaube, zu 14 zum ersten Mal auf der Gamescom, dann eben als Volontär, also auch ein paar Monate nach diesem Artikel. Und dann bin ich dem Indie-Mega-Booth hinterhergezogen für ein paar Jahre. Also auf der EGX hatten sie mal eine Präsenz. Gamescom war ja einmalig mit dem Mega-Booth. Danach ging es ja weiter mit dem Indie-Arena-Booth, den ganz fantastischen Job auf der Gamescom leisten. Und nach ein paar Jahren hinterherziehen durch die Packs, auf der GDC, der EGX und der Gamescom, habe ich dann die Möglichkeit bekommen, mich da eben auch kreativ zu entfalten. Das lag mir auf jeden Fall sehr. Also ich mag diesen persönlichen Kontakt zu Entwicklern. Ich mag es irgendwie dann auch so, diese Problemlösung vor Ort zu haben. Also wenn man auf einer Messe ist, dann gibt es halt nicht viel hin und her, sondern da ist man sehr Problemlösung-orientiert. Und das Ganze gefällt mir sehr gerne. Oder sehr gut im engen Kontakt mit vielen Entwicklerteams zu arbeiten. Das ist auch was, was ich immer wieder gerne mache. Also jetzt vor kurzem mit einem kleinen Ausflug in die digitale Event-Welt und jetzt einer anderen Position, die jetzt quasi auf dem Horizont steht, was so meine Arbeit in der Branche angeht, die auch mich so ein bisschen wieder in diese Developer-Relations-Curation-Richtung bringen. Es ist schon was, was ich immer wieder sehe in meinem Lebenslauf und mich gerne zurück daran erinnere. Das auf jeden Fall. Was macht dir denn daran eigentlich so viel Spaß? Also es klingt vielleicht nach einer dopen Frage, aber da können, glaube ich, eine ganze Menge an Sachen drinstecken, die dich direkt an diesem Austausch mit Entwicklern und Entwicklern faszinieren könnten. Mich würde mal interessieren, was denn davon eigentlich genau? Ich glaube, meistens ist es wirklich der Mensch, persönliche Kontakt. Also ich arbeite sehr gerne in dieser Branche wegen den Menschen am Ende des Tages. Klar gibt es Leute, denen man vielleicht nicht, also denen man einmal im Jahr über den Weg läuft und dann passt das auch wieder, dann reicht das auch wieder für ein Jahr. Aber an der Games-Branche, ich meine, am Ende des Tages, wegen Geld arbeitet keiner, glaube ich, in dieser Branche. Zumindest ist man da vielleicht am falschen Platz. Für mich sind es die Menschen ganz klassisch. Und ich verbringe gerne Zeit mit like-minded people, ob das auf einer Messe ist oder irgendwie einem lokalen Game-Developer-Treffen irgendwo in der Welt. Vollkommen egal eigentlich. Aber je mehr verrückte Indie-Developer, die sich gerne austauschen und so die Passion für ihre Projekte teilen, desto besser. Aber ich stelle mir, dass wir einen wahnsinnigen Sprung vor. Also ein Jahr lang überall mal reinschauen und da immerhin noch quasi noch Student sein irgendwie und mit einem Fuß schon im Arbeitsleben und dann nach einem Jahr als Zuständiger für die Developer Relations bei der Indie-Mega-Boost anfangen. Also ich kann mir den Puls kaum vorstellen, mit dem du an deinem ersten Arbeitstag erschienen bist. Das ist doch super krass gewesen, oder? Ja, ich konnte mir das Ganze nicht vorstellen. Vor allem war das Indie-Mega-Boost immer für mich so ein wirkliches Herzensprojekt. Also ich bin, wie erwähnt, drei Jahre lang quasi, drei Jahre lang ist es so, dass ich schon während der Abi-Zeit oder meinem letzten Schuljahr quasi noch am Gymnasium, bin ich in meiner Freizeit dann halt um Europa und dann später Nordamerika gereist, um halt auf diesen Messen zu sein. Und nachdem die Schule dann fertig war, habe ich bei Ikea angefangen im Kundenservice, um mir quasi diese Reisen zu finanzieren, wo ich dann unter der Woche eben meine 40-Stunden-Woche hatte und dann am Wochenende oder an Urlaubstagen eben quer durch Europa getigert bin, um eben auf diesen Games-Events Leute zu treffen. Jetzt im Nachhinein war das natürlich supergut, um mir ein Netzwerk aufzubauen. Damals als 18-Jähriger habe ich daran nicht gedacht, sondern da ging es nur einfach darum, hey, es gibt irgendeine kleine Nische oder eine kleine Nischen-Indie-Messe in Antwerpen, dann muss ich da natürlich hin. Oder eben nach London, oder damals war das sogar Birmingham mit dem Indie-Mega-Booth. Dementsprechend war das natürlich absolut surreal, aber für mich halt einfach so, ja, ich glaube, ein surreales Erlebnis nach dem anderen über die Jahre hinweg, so 2014 bis 2016, 2017 hin, dass ich das gar nicht zu dem Zeitpunkt begriffen habe. Und erst so mit der Zeit ist es dann gekommen. Krass. Bist du da immer alleine hingereist oder hast du da so einen kleinen Kreis an Gleichgesinnten gehabt? Naja, vor Ort, dann trifft man ja ganz oft dieselben Leute. Auf dem Weg war ich immer alleine. Krass. Krass. Also ich bin so erstaunt, weil also in deinem Alter war ich gerade dabei, für mich zu merken, dass ich doch nicht Ministrant bleiben möchte. mein ganzes Leben lang. Und ich finde das so krass. Also woher kommt denn diese, also diese, wie sagt man denn, Eigeninitiative, Initiative zu sagen, so ich fahre da jetzt einfach hin. Warst du schon immer auch als Kind so drauf oder als Teenager? Oder war das diese Brücke, die gebaut wurde durch die Leidenschaft zu dem Hobby und zu dem Medium und zu den Spielen? Ich glaube, das Letzte. Also für mich, sag ich mal, die Jugend klingt so absurd. Ich bin ja immer noch erst 24, aber mit 17, 18 so eben in dem Alter war ich halt an einem Zeitpunkt angelangt. Ich hatte nie wirklich so das Hobby, in dem ich mich entfalten konnte. Ich hatte immer gewisse Freundeskreise, aber auch da so alle paar Jahre habe ich mir quasi neu gesucht, weil man sich ja anpasst und dann eben andere Leute findet, mit denen man vielleicht enger, ja, ein engeres Verhältnis hat. Und ich glaube, mit 18 war ich einfach an einem Zeitpunkt, wo ich nicht wirklich so einen engen Kreis hatte oder einen Fokus auf irgendwas Besonderes. Ich bin auch aus dem Abi rausgekommen, wusste ehrlich gesagt nicht, was ich machen wollte. Also die Games-Industrie auf jeden Fall, fand ich spannend. Spieljournalist. Genau, richtig. Aber ich wusste halt auch nicht, wie man da anfängt oder wie man da reinkommt überhaupt. Und dementsprechend, als ich dann eben Leute gefunden habe, die ähnlich wie ich ticken, die dann auch, wo Videospiele was Cooles sind, wo man in der Freizeit darüber redet und dann nicht irgendwelche ein chemisches Grinsen im Klassenzimmer von seinen Mitschülern bekommt. Das fand ich toll und hab mir dann wahrscheinlich auch für mich selber gesagt, so hey, gut, dann, wenn ich hier in München halt zu den Zeitpunkten jemanden kannte, der irgendwie groß auf Indie-Spiele steht, dann gehe ich halt auf eine Messe, wo nur solche Leute rumlaufen. Und das fand ich damals wahnsinnig toll und das finde ich auch heutzutage immer noch super. Deswegen fühle ich mich auf einer PAX oder auf einer Gamescom auch so unfassbar wohl. Und ja, vermisse das natürlich auch nach jetzt einem Jahr der Pandemie. Ich wollte gerade fragen, wie hast du das denn eigentlich so, also vielleicht auch, also beruflich zum einen, weil dein Job drehte sich ja auch jetzt auch bei deinem, wenn man das schon vorwegnehmen möchte, nach der Indie-Mega-Booth und Supercrowd, warst du dann von 2019 bis jetzt tatsächlich 2021, Anfang des Jahres, wenn ich das richtig sehe, Publishing Director bei Those Awesome Guys, wo du auch in Bukarest tatsächlich gelebt hast. Dazu habe ich auch viele Fragen. Aber das sind ja alles Sachen, wo man viel Kontakt mit Leuten hat. Das ist ja einfach durchweg dein Job. War das, also es war schon auch für dich kein einfaches Jahr jetzt, oder? Mit Pandemie und allem drumherum? Nee, es war schon ein sehr, ein sehr, sehr komisches Jahr, ehrlich gesagt. Also ich habe jetzt auch am Anfang des Jahres für mich entschieden, dass ich da dementsprechend einen Wechsel brauche. Hatte jetzt nichts explizit mit der Firma zu tun oder mit der Situation da. Ich habe da, glücklicherweise war ich in einer Position, wo ich viel Freihalten hatte und auch ganz locker und einfach, einfach den Job hätte weitermachen können, ohne große Probleme. Aber habe das jetzt schon gemerkt. Also 2019 noch war ich um die, also Pi mal Daumen sind das 280 Tage gewesen, die ich da unterwegs war, weg von, weg von zu Hause. Und quasi den, den extremen Wechsel dann von 280 Tage auf, naja, Januar, Februar, März waren es dann noch im Jahre 220. Aber dann zum 1. März hin saß ich dann hier in München und bin nicht mehr vor die Tür gegangen für quasi neun Monate. Das war schon ein ziemlich extremer Wechsel für mich und auch nicht immer einfach. Das merke ich jetzt vor allem, wo ich ein bisschen das Jahr Revue passieren lassen habe und nochmal in mich gegangen bin. Aber gut, das Leben muss weitergehen und am Ende des Tages bin ich gesund und habe einen Job und kann mich dementsprechend auch nicht so viel beschweren darüber. Möchtest du diese Innenschau mal nach außen kehren und sagen, was du damit meinst? Wenn du sagst, rückblickend guckst du da drauf und merkst, boah, war doch ein härteres Brot als gedacht? Ja, also für mich war es immer so, ich hatte quasi zwei Extreme. Entweder war ich inmitten von Menschen auf einer Messe oder in irgendwelchen lokalen Game-Dev-Treffs. Das waren eben meine 280 Tage on the road, waren entweder oder. Also wenn ich zu Hause war, klar, da war es relativ ruhig, dann habe ich gearbeitet, aber es waren eher so zum Mal zwischendurch, um Kleidung zu waschen oder um Koffer auszutauschen, weil der kaputt gegangen ist oder was auch immer. Aus irgendeinem Grund musste ich wieder nach Hause. Ansonsten war ich dann eben entweder am Reisen und habe da mit absolut niemandem gesprochen. Klar, man arbeitet natürlich, aber sonst Kopfhörer auf, im Flugzeug, am Flughafen, irgendwo in einem Airbnb mich für eine Woche eingesperrt, vollkommen egal. Oder halt in der Mitte von Menschen. Ich bin da auch sehr zweigeteilt, also entweder komplett introvertiert und möchte da auch mit absolut niemandem reden oder halt outgoing und auf jeder Messe unterwegs und möchte an jeder Ecke nochmal jemanden ansprechen, weil ich dessen Projekt so toll finde beispielsweise. Und das komplett zu verlieren und ins Digitale rüber zu wechseln, jetzt das letzte Jahr, war sehr komisch und auch nicht einfach für mich, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich extrem wenig, also ich bin wahnsinnig schlecht mit Leuten, Kontakt aufrecht zu erhalten, weil ich es gewöhnt bin, dass ich sie alle paar Monate spätestens entweder wieder auf einer Messe treffe oder Bescheid sage, wenn ich dann halt mal wieder nach Berlin komme und dann wieder meine Freunde da treffen kann. Ja, und dann müssen wir mal schauen, wie das nach der Pandemie weitergeht, wann auch immer das der Zeitpunkt sein wird. Aber rein emotional und rein mental hat das auf jeden Fall einen großen Impact gehabt das letzte Jahr. Mensch, ich kann es mir vorstellen, hast du denn da für dich irgendwie einen Weg gefunden, dann auch während der Zeit, aber jetzt ja auch noch so damit irgendwie klar zu kommen? Also ich habe für mich zum Beispiel unter anderem entdeckt, also jetzt wieder ganz aktuell tatsächlich, riesengroße Rollenspiele einfach, also wenn es die Zeit mal hergibt, so in diese riesengroßen, elaboriert ausgestalteten Welten reinzuspringen. Also ich habe jetzt wieder angefangen mit Divinity 2, fantastisch. Ich habe jetzt mir ganz frisch gekauft die Legendary, wie auch immer sie heißt, als Edition von Mass Effect und das erste Mass Effect spiele ich jetzt zum ersten Mal. Und es ist echt so, da kann man schon ganz gut versinken und das tut sehr, sehr gut. Das sind so die Dinge, wo ich unter anderem zum Beispiel gemerkt habe, dass die mir sehr helfen. Was hat dir so, oder was hilft dir ganz aktuell da so durch? Für mich auf jeden Fall auch Koop-Spiele. Also da habe ich mich Anfang des Jahres in Deep Rock Galactic reingefuchst. Ich habe da irgendwie 150 Stunden mit ein paar Freunden das Spiel komplett auseinandergenommen und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und seitdem so ein bisschen von einem Titel zum anderen getastet. Also momentan ist es dann Weilheim mit einem guten Freund von mir, der gar nichts mit der Spielebranche zu tun hat, aber selber spielt. Ab und zu dann auch mal ganz klassisch, so wie ich früher eigentlich angefangen habe mit dem Spiel, so Call of Duty wieder. Einfach das, was so ein bisschen auf dem Tisch fällt und wovon ich Gutes gehört habe in letzter Zeit. It Takes Two ist noch ganz oben auf meiner To-Do-Liste, wann immer ich auch dazu komme. Das hat mir lange Zeit sehr ausgeholfen, auch da so ein bisschen mich quasi dazu zu zwingen, den Kontakt zu suchen mit meinen Freunden wieder. Ansonsten gab es eine Zeit lang, oder gibt es immer noch, das Games Industry Gathering. Das war für ein ganzes Jahr lang jeden Freitag so ein internationales, quasi eine Zoom-Konferenz, also mit bis zu 150 Leuten im Peak, die da parallel für quasi fängt abends um acht bei uns europäischer Zeit an, geht zwölf Stunden, sodass jeder aus Europa über Afrika bis hin nach Nordamerika und Australien eben für ein paar Stunden quasi einen guten Slot hat, um reinzukommen, um reinzuspringen in diese Zoom-Konferenz. Und dann wurde man in diese Breakout-Rooms rausgeworfen, quasi zu viert, fünft oder sechst. Und das fand ich immer schön. Das war für mich jeden Freitag so quasi das Gefühl von hier Gamescom Hotelbar oder GDC Hotelbar oder was auch immer, wo man einfach einen Haufen Leute trifft, die man noch nie im Leben davor gesehen hat, aber einfach sich über die Industrie und was einen gerade bedrückt und die Pandemie und Spiele unterhält. Das habe ich dann ein ganz Jahr lang, fast jeden Freitag mitgenommen. Letzte Zeit wieder relativ kaum. Da muss ich mich mal wieder aufrappeln, aber das war auf jeden Fall ein sehr, sehr positiver Community-Aspekt für mich, der das Ganze auch ein bisschen einfacher gemacht hat. Ich habe da jetzt auch was Neues gefunden, erinnert mich so ein bisschen daran. Übrigens, ich finde das fantastisch, diese Organisation, also dass es so was organisiert wird. Das finde ich fantastisch. Ich sehe ja auch den Nutzen darin, neben dem Socializing. Ich habe so was Ähnliches, wobei das wirklich schon eine ganz schöne Übertreibung ist, aber ich habe da was gefunden letztens auch tatsächlich und zwar ist das Study With Me. Ich weiß nicht, ob du das kennst, vielleicht heißt es auch gar nicht so, aber irgendwie so ähnlich und dort kannst du auf so eine Seite gehen und dann machst du dir da einen Namen rein und dann greift das auf deinen Zoom zu oder auf deine Kamera, aber es läuft über Zoom und dann wirst du in Study Rooms geworfen, wo ganz viele, hunderte anderer Menschen sitzen und gerade an irgendwelchen Sachen arbeiten, also am Schreibtisch. Und es ist standardmäßig, du kannst daran auch nichts ändern, sind die Mikrofone alle stumm, das heißt niemand kann da reinquatschen, es gibt auch keinen Chat, sondern man hat wirklich nur einen Bildschirm, seitenweise voll mit Menschen aus der ganzen Welt, die vor ihrem PC sitzen und halt irgendwie arbeiten. Und das will so ein bisschen das Gefühl einfangen, was ich ja übrigens unheimlich toll finde, also das vermisse ich wirklich mit am meisten, man sitzt in einer großen öffentlichen Bibliothek oder so und da sitzen ganz viele Menschen und arbeiten in ihren klugen Dingen, ist für mich einer der inspirierendsten Orte der Welt und das versucht, dieses Ding so ein bisschen einzufangen, aber ich muss sagen, ganz schnell ging die Faszination einem Eindruck, wurde dadurch eingetauscht, dass ich das Gefühl hatte, das ist ganz schön dystopisch. Also auf meinem zweiten Monitor 16 kleine Männchen, Menschen zu haben, die ich nicht kenne und die mich da angucken, fand ich ganz komisch, also ganz komisch, also war nichts für mich, muss ich sagen. Witzigerweise habe ich gestern oder heute Nacht quasi zum allerersten Mal davon gehört, also ich würde mir irgendwo, ich weiß nicht, ob das eine Werbung war oder so, die ich mir gebookmarkt habe, das, was ich schon mal gesehen hatte, was glaube ich in eine ähnliche Richtung geht, ist relativ einseitig, wo Leute sich auf TikTok gelivestigt haben und quasi dasselbe machen, also es ist ein Countdown, der dann gezeigt wird, sie filmen sich selber, wie sie da am Arbeiten oder am Lernen sind und theoretisch kann man da quasi mit rein joinen, aber natürlich ohne eben die Kamera anzumachen. Jetzt, wo ich das aber gefunden habe, muss ich auch zugeben, ich habe da schon Lust drauf, das mal auszuprobieren, das stelle ich mir ganz, ganz interessant vor. Für mich war es nie die Bibliothek, aber immer so ein Café oder ein Coworking Space und das stelle ich mir sehr, ja, sehr angenehm vor, auch wenn ich, glaube ich persönlich, lieber es hätte, wenn man zumindest ein paar Hintergrundgeräusche hätte, so ein bisschen Café-Experience oder Bücherei-Experience. Komplett stumm ist dann doch sehr, sehr düster. Ja, pass auf, das kannst du dir ja arrangieren. Es gibt ja dann auch noch parallel diese kleinen, wie heißen denn die jetzt schon wieder? Ich glaube, My Cozy Café oder sowas, auch, also ich meine, kann man auch anders machen, aber da gibt es auch so Angebote mittlerweile, gratis alles. Da kannst du direkt im Browser dir einen Mix zusammenstellen, typische Café-Geräusche und Vogelmusik und so. Genau, da muss ich noch mal nachgucken, wie das genau heißt und dann kannst du das mit so Schiebereglern dir zusammenstellen, so ein Mix. Da gibt es dann auch so was wie Espressomaschinen in regelmäßigen Abständen, Bedienungen, die irgendwie was ruft und so und natürlich das Chattering von Leuten, die da rumsitzen und das kannst du ja theoretisch hinterlegen hinter die Study Rooms da, von denen ich gerade erzählt habe und dann hast du ja eigentlich eine Erfahrung, die deinem Geschmack sehr nahe kommt. Also ich habe da immer tosende Stille, aber du könntest jetzt das ja mixen. Das ist fantastisch. Da hast du recht, das klingt alles sehr dystopisch, aber ich, also die Vorstellung finde ich schon mal sehr angenehm, muss ich zugeben. Voll. Und apropos Vorstellung, das wollte ich auch unbedingt noch sagen und fragen, weiß nicht, ob das eine wirkliche Frage ist, aber ich wollte das mal loswerden, dir so zuzuhören, wie du erzählst von diesen Extremen, des introvertiert und extrovertiert Seins. Also ich dachte schon, dass ich da ziemlich manchmal extrem hin und her meandere, aber so wie du es beschreibst, so ausgeprägt ist es bei mir nicht und eigentlich ist es keine wirkliche Frage, sondern mehr so ein offenes Nachdenken. Ich stelle mir das sehr anstrengend vor, das mit so einem Job zu vereinbaren, diese Phasen von, boah, jetzt aber möchte ich alle nach ihren Kreditkarten, nach ihren Visitenkarten fragen oder jetzt bitte bloß nicht ansprechen. Diese Balance, fällt dir das schwer? Hast du da mittlerweile so eine gute innere Uhr entwickelt, um darauf einzugehen oder wie machst du das? Das war relativ automatisch eigentlich bei mir immer, weil sobald eine Messe anfing, sobald ich eben da aus meinem Hotelzimmer oder meistens Airbnb-Zimmer rausgetreten bin und wusste, jetzt geht es auf die Messe, da hatte ich schon eine Vorfreude, da war ich aufgeregt und hatte da richtig Lust drauf. Jetzt in der Pandemie oder im Lockdown muss ich auch zugeben, zu Hause oder eben über Zoom fällt mir das dann doch manchmal nicht so einfach, wo ich dann einfach da sitze und weiß, hey, jetzt habe ich drei Tage lang Meetings vor mir und habe einfach wirklich keinen Nerv dafür. Klar, dann powert man da durch und zieht das durch, weil das gehört dazu, aber danach ist man dann schon sehr ausgelaugt und nicht unbedingt im Positiven, wie ich das sonst bin nach einer Messe. Die Balance versuche ich aktuell immer noch zu finden. Das war teilweise, glaube ich, auch Grund, weshalb ich dann vor ein paar Monaten gesagt habe, hey, ich brauche mal eine wirkliche Veränderung und eben den Job gewechselt habe. Jetzt im Nachhinein auch alles, glaube ich, war das insgesamt die bessere Entscheidung und ich merke jetzt schon, wie es mir da besser geht, aber es ist schon noch ab und zu doch ein bisschen tougher, da in die Meetings reinzugehen, weil man einfach nicht das, es ist einfach nicht dasselbe, als wenn man sich gegenüber sieht und deswegen bin ich da auch jemand, der es absolut für richtig hält, dass wir so lange wie notwendig auf In-Person-Events verzichten, aber wenn es dann wieder losgeht, habe ich da auch wirklich Lust drauf. Du, ich möchte jetzt hier nicht die schlechte Laune verbreiten, aber ich habe heute wieder Artikel gelesen, jetzt bezogen auf Berlin, was da für Schindbluter getrieben wird mit negativen Corona-Testen, ist der Knaller. Du kannst hier mittlerweile, also ich wohne in Altrepto auf der Kante zu Neukölln und hier hat mittlerweile jeder zweite Späti, steht oben drüber, Corona-Testzentrum und ich habe es selber jetzt schon erlebt, du kannst reingehen und die geben dir beim Reinkommen schon einen Zettel, wo du ausfüllen kannst, wie du getestet wurdest und dann unterschreiben kannst und den kannst du in Außengastronomie nehmen für negativen Corona-Tests und das ist halt der Knaller und ich möchte gar nicht drüber nachdenken, wie falsch mittlerweile, also ohne jetzt was beschwören zu wollen, aber aus der Logik heraus, wie falsch diese Zahlen aktuell sein müssen, die da zirkulieren, weil das kann ja gar nicht stimmen, wenn das überall so gemacht wird. Was ich mich auch überfrage bei diesen ganzen Betrügermaschen, also zumindest die Tests, die ich bis jetzt hatte, die Corona-Tests, da muss am Ende des Tages ein Arzt zumindest seinen Namen drunter setzen und das zertifizieren und ihren Namen drunter setzen. Wer riskiert das denn? Also wenn es jetzt um einen 0815 dahergekommenen Typen oder Frau von jeder Straßenecke ist, oder der dann unterschreiben müsste, klar, ich meine, da ist kein großes Risiko, was heißt kein großes Risiko, ist immer noch Betrug, aber am Ende des Tages gibt es dann eine Freiheitsstrafe. Als Arzt kann ich da doch meine Karriere mit an den Nagel hängen, wenn da irgendwas rauskommt. Also werden da die Unterschriften auch gefälscht oder gibt es da wirklich Leute, die sagen, okay, für so und so viel Geld ist es mir da wert, dass ich meinen Namen auf ein Blatt Papier schreibe, auch wenn da kein Test verabreicht wurde. Das verstehe ich nicht. Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Also ich kann dir nur sagen, also das sind auch nur die kleinen Anblicke, die ich jetzt hier so lokal habe, aber da sehe ich es halt einfach, dass du, das ist so ein System, dass sich mittlerweile, das in sich funktioniert, aber eigentlich illegal ist, dass du zu den kleinen improvisierten, aber irgendwie ja doch zertifizierten Testzentren gehst, kriegst deinen falschen Negativtest, gehst damit zur Außengastro, die eigentlich auch schon erkennen könnten, das ist ja Quatsch, aber die wollen natürlich ja auch Geld verdienen, ist ja auch verständlich, weil die jetzt geblutet haben monatelang und die sagen dann, ja komm, setz dich an den Tisch da draußen, wir bringen dir was und das ist so ein System, das in sich funktioniert, weil da Bedürfnisse aufeinander stoßen, aber eigentlich ganz schön großer Quatsch und gesundheitsgefährdend noch und nöcher, also deswegen, ich sitze hier so ein bisschen und merke die Welt um mich herum, also jetzt gerade in Berlin, finde ich, merkt man es ganz dolle, die Welt bricht auf, alle strömen sie nach draußen und dann sitzt man da so und denkt, also Leute, ich bin mir nicht sicher, ob die Zahlen überhaupt so richtig sind, wie sie aktuell sind. Ja, das war ja, also ich meine, jetzt haben wir das Glück, dass die Impfungen losgehen, aber es ist ja quasi wie letzten Sommer, so kaum wird es warm, wollen alle wieder raus und treffen sich und die Regeln werden wieder gekippt, weil, naja, Jens Spahn sieht, in ein paar Monaten ist Wahlkampf und dann fast forward vier Wochen und wir haben wieder ein neues Rekord hoch an Inzidenz. Jetzt hoffe ich, dass es nicht so extrem wird, einfach weil wir, naja, mit den Impfdosen langsam vorankommen, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jetzt nur noch die Inzidenz nach unten geht, also in ein paar Wochen könnte ich mir durchaus vorstellen, wenn wieder Testergebnisse reintrudeln, dass das Ganze natürlich wieder einen negativen Effekt hatte und wir wieder in dieser Auf- und Abwärtsspirale sind, weil die Leute sich einfach nicht dran halten können. Ich verstehe das vollkommen so aus der Sicht von Außengastronomie, so absolut. Ich meine, für viele geht es ja um die Existenz, aber dass die Menschen nicht zusammenreißen können, das macht mich ein bisschen fertig. Ich finde es auch alles sehr schwierig. Ich habe mittlerweile auch gleich zwei Berechtigungen schon für so eine Impfpriorisierung in der Gruppe 3. Einmal als Journalist halt und dann noch als Hochschulangestellter, als Gastdozent. Aber ich bekomme auch keine Termine, keine Chance, keine Möglichkeit, irgendwo reinzurutschen. Es ist einfach schwierig. Es ist schwierig. Ja, ich bin auch nur durch sehr viel Glück an jetzt meinen ersten Termin reingekommen und weil ich gesagt habe, hier, egal was, ich impfe mich, also auch das Thema AstraZeneca, so habe ich meinem Hausarzt ganz klar gesagt, so hey, nehme ich sofort, vollkommen egal und habe dann einen Anruf bekommen, ja, ganz spontan, jemand kommt nicht zum Termin, möchtest du nicht, weil sonst wird es halt weggeschmissen. Da sagt man halt auch nicht nein. Aber sonst habe ich das auch schon in vielen Fällen gehört, hier in Großstädten besonders, dass es da echt schwierig ist. Auf dem Land wird es, glaube ich, langsam ein bisschen einfacher, eben über die Hausärzte, aber bist du dann über die Impfzentren angemeldet? Ich habe diese ganzen Impfzentren im Blick quasi und ich refreshe da alle paar Minuten, außer ich sitze in irgendwelchen Terminen und dann gucke ich einfach und dann parallel rufe ich halt beim Hausarzt an und sage, hallo, ich würde voll gern, ist mir im Grunde auch egal was, aber ich bin da schon pro Impfung und machen sie doch mal. und das ist halt momentan nicht hinzukriegen. Also es ist einfach ein Ansturm. Es ist ja auch irgendwie wieder schön, dass es so einen Ansturm gibt, aber es ist schon schwierig. Es ist schon schwierig. Es ist nicht leicht. Es ist halt schwierig, wenn der Ansturm herrscht, weil Leute sich impfen lassen wollen und dann erstmal irgendwie Osternurlaub oder Pfingsturlaub auf Mallorca machen wollen. Da habe ich immer noch einen relativ großen negativen Beigeschmack, wenn ich sehe, wie die Leute wieder quer um die Welt jetten. Aber gut. Das ist ein gutes Stichwort übrigens, um das Gespräch nochmal auf dich zu drehen. Und zwar um die Welt zu chatten. Du bist ja jetzt in einer super spannenden Situation, finde ich. Du bist jetzt, hast du ja gesagt, den letzten Job, da hast du dich verabschiedet, Publishing Director bei Those Awesome Guys. Und jetzt bist du, zumindest jetzt für mich als Außenstehender sieht das so aus, in einer, finde ich, sehr spannenden Orientierungsphase, weil du hast ja jetzt ganz viele auch schon etwas in sich unterschiedliche Dinge gemacht. mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Und jetzt wirkt das so, als würdest du hoch am Himmel kreisen wie ein Adler und gucken, wo landest du denn als nächstes. Und was mich mal zum Beispiel interessieren würde, wie fühlst du dich denn da so ganz weit oben gerade? Wie ist denn diese Orientierungsphase? Also ist das überhaupt, stimmt das überhaupt, diese Interpretation? Bist du in dieser Phase oder hast du schon längst wieder losgelegt mit den nächsten großen Projekten? Langsam ist die Phase auf jeden Fall zu Ende. Ich habe das noch gar nicht so kommuniziert nach draußen, auch sehr bewusst, einfach, weil ich mir da Zeit lassen wollte. Aber ja, im Prinzip stimmt das schon. Also die letzten paar Monate war eine Orientierungsphase. Ich habe mich da sehr, sehr viel umgeschaut, bin da auch ganz bewusst an die Sache rangegangen, dass ich kommuniziert, dass ich aufgehört habe bei Tag, das kommuniziert habe, ohne irgendwie was Neues zu unterschreiben oder was Neues anzufangen, auch obwohl ich schon Gespräche hatte, weil, ganz blöd gesagt, wollte ich halt auch mal wissen, so was, das klingt jetzt überheblich, überheblich, aber was bin ich denn wert? Was für Stellen gibt es denn überhaupt? Besonders im Business Development ist es halt so, dass ganz viele Stellen einfach nicht ausgeschrieben werden, sondern das sind Referrals und die kommen halt dann einmal auf, wenn die Leute wissen, dass man sucht und überhaupt, ja, momentan auf, nein, auf der Suche ist am Ende des Tages. Und da war ich auch relativ glücklich, dass da viele interessante Angebote kamen und da viele interessante Gespräche zumindest zustande gekommen sind. Ich bin aber auch jemand, der sehr schlecht darin ist, nein zu sagen, daran arbeite ich und ich hasse es, da irgendwie jemanden zu enttäuschen oder absagen zu müssen. Dementsprechend war das für mich so ein bisschen die Balance, wo ich natürlich Lust hatte, mit jedem zu quatschen und zu schauen, was gibt es denn da, was für Möglichkeiten existieren denn? Aber hat mir ja dann doch schwerer getan, als gedacht, dann halt in vielen Fällen leider nein sagen zu müssen. Aber ja, mittlerweile habe ich, glaube ich, da eine gute Balance gefunden an interessanten Projekten. Bin jetzt offiziell, aber noch nicht publicly, bald spreche ich da auch über, dementsprechend ist es relativ egal, bei Fellow Traveller, einem australischen Publer ins Business Development eingestiegen, nachdem ich mit denen für ein paar Monate jetzt an einem anderen Projekt gearbeitet habe, der LunarCon, und unterschreibe, wenn es gut läuft, heute dann noch einen zweiten Vertrag auf Kurations- oder auf Scouting-Ebene mit einem anderen Partner. Ich orientiere mich quasi jetzt auch so, wie du bereits erwähnt hattest, so, ich mache gern viele verschiedene Sachen und das möchte ich gern auch jobtechnisch in der Zukunft so machen. Dementsprechend werden das halt jetzt mehrere, ja, Consulting-Gig ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber ich sehe das eher so als mehrere Teilzeit-Jobs, die ich da habe, als als Freelancer. Du, aber da muss ich dir gratulieren, weil ich meine, alleine Fellow Traveller, also da könnte man schon schlechter treffen, also die kennen sicherlich auch die Menschen da draußen für so Spiele wie Sazerain, Neocab, In Other Waters, ähm, ähm, hilf mir, äh, Paradise-Killer, Orwell. Ja genau, Stillness of the Wind, also ganz tolle und genau, Lunarcon und so, also das ist ja, das ist ja toll, also gratuliere ich, das ist doch was Schönes. Ja, vielen Dank, ich bin da auch sehr, sehr glücklich, auch in der Position gelandet zu sein, also Fellow Traveller fand ich als Außenstehender immer super interessant, ich mag es auch, was so Publisher angeht, sehr, wenn man einen Fokus hat und Fellow Traveller ist ja sehr narrativ fokussiert und das, das respektiere ich da auch, wenn man sich quasi eine Brand um, um so ein Genre herum, ähm, aufbaut, dementsprechend, als dann das Gespräch anfing, war das für mich auch ein relativer No-Brainer, ähm, dass, dass ich da Lust drauf hatte, die konnten mir genau das ermöglichen, worauf ich Lust hatte, zum einen eben jetzt diese digitalen Events auf Steam mit der Lunarcon und dann jetzt eben die, der Business Development Bereich, was genau das war, worauf ich mich fokussiert habe, ja, das ist ein, ein Glücksgriff für mich und ich bin da auch sehr, sehr aufgeregt über die, äh, Opportunity. Total gut. Du, jetzt muss ich dich natürlich auch mal fragen, jetzt hast du es nämlich schon wieder gemacht, Warum kannst du eigentlich so gut Englisch? Gibt es da, also, es ist ja nicht nur so, dass dir das so reinrutscht mal mit englischen Worten, sondern wir haben ja in der Vergangenheit auch mal, das ist ja zum Zeitpunkt der Aufnahme schon wieder ein bisschen her, aber im Rahmen einer Veranstaltung der Stiftung, äh, Spielekultur, da haben wir auf Englisch ein kleines Pendelchen gemeinsam gehabt und da ist es mir auch wieder aufgefallen, du sprichst richtig gut Englisch. Was hat es denn damit auf sich? Ist das einfach, weiß ich nicht, Sprachtalent, zweisprachig aufgewachsen oder, oder wie, oder was? Danke, zum einen. Ja, zweisprachig, also meine Mutter ist Kanadierin und ich habe die doppelte Staatsbürgerschaft. Nein, das ist ja spannend. Das war dann dementsprechend auch natürlich ein bisschen, ein bisschen einfacher. Ich habe auch, ähm, zuerst Englisch gesprochen, also ich bin englischsprachig ernst aufgewachsen zu Hause und dann in den Kindergarten geschickt worden, um eben Deutsch zu lernen. Ähm, immer in Deutschland, aber das irgendwie, ja, lief es darauf hinaus. Ach, das wusste ich nicht. Das ist ja spannend. Hast du denn irgendwelche emotionalen Banden zu Kanada jetzt noch oder also mal hingereist oder so Wurzeln angeguckt oder, oder wie? Jaja, also ganz oft glücklicherweise. So als, ähm, als Kind hatte ich da glücklicherweise viele, viele Möglichkeiten, eben die Familie zu besuchen und, ähm, hab da jetzt die letzten Jahre ist eigentlich immer so gemacht, also die letzten drei Jahre, mit Ausnahme von 2020 eben, dass ich quasi den Dezember in Nordamerika verbracht hab und dann mich so ein bisschen durch, teilweise eben auch die USA, aber dann auch durch, durch so die kanadischen Städte, meistens natürlich in der Game-Dev-Branche, ein bisschen durchgefuchst hab und, ähm, dann natürlich auch sehr interessiert dann war so, hier, wo kommt denn die Familie her, wo sind denn die Wurzeln? Ähm, und wenn alles klappt, natürlich nach der Pandemie, würde ich dann auch sehr gerne mal eine Zeit lang einfach nach, nach Kanada ziehen, irgendwie Toronto oder Montreal oder Vancouver auch, je nachdem, was, was denn bezahlbar ist. Hast du das Gefühl, du wirst jemals in deinem Leben sesshaft werden oder ist das noch diese Zeit des Sturm und Tranks gerade? Aktuell schwer vorstellbar, auf jeden Fall. Also ich find's, ich hab auch keine besondere Bindung zu irgendeiner Stadt, also bei mir ist immer so, dass ich ein paar Jahre lang sehr fasziniert von einer Stadt bin, da hinziehen möchte und dann entweder klappt's oder es klappt nicht. Ähm, Köln fand ich jahrelang super spannend, mittlerweile ist es in Deutschland zumindest eher Hamburg geworden bei mir oder Kiel, wo es witzigerweise am Freitag zieh ich da erstmal temporär in den Norden. Wie du das einfach so erzählst, so im Nebensatz, ich zieh dann da irgendwo hin. Es hat sich auch erst vor ein paar Tagen ergeben, also das ist alles sehr, sehr spontan dann. Moment, also nach Kiel oder nach Hamburg? Nach Kiel. Ach gut, ich hab schon gedacht, ey, ich suche in Hamburg so ein bisschen und jetzt findet er hier einfach so mal nebenbei eine Wohnung. Wollte ich schon mal gut raushauen, aber ... Ne, so einfach war's leider nicht. Ich hab auch in Kiel nur, weil es eben erstmal temporär ist, also für drei Monate, auch nur überteuerte Wohnung gefunden. Das war alles sehr enttäuschend, aber gut, Sommer im Norden ist dann, glaube ich, auch relativ attraktiv. Zur Frage zurückzukommen, nee, also erstmal, erstmal bin ich noch unterwegs. Ich kann mir das gut vorstellen, dass ich mir da quasi für ein, zwei Jährchen immer mal wieder so einen neuen Hotspot suche, eine neue Stadt, die mich interessiert, wo ich Leute kenne oder vielleicht, wo ich auch niemanden kenne. Solange es da zum Teil eine kleine Game-Dev-Branche gibt, werde ich da meistens glücklich. Aber ja, langfristig schauen wir mal, wo es mich hin verschlägt. Da mach ich mir jetzt noch gar keine Gedanken drüber. Warst du schon mal in Vancouver? Zweimal, ja. Boah. Ich frage nämlich, ich habe, oder Vancouver, ach, ich weiß es nicht, diese Stadt, ich habe ein Gespräch geführt, auch hier bei Okkultriff, mit dem Heinrich Lehnhardt, der lebt ja schon eine ganze Weile. Und da hat er mir so ein bisschen erzählt, wo er sich da so rumtreibt. Dann habe ich parallel Google-Bildersuche angeschmissen und da habe ich ja auch gedacht, mein Gott, also was für ein wunderschönes Örtchen. Also Kanada per se, auch wegen des Klimas, das reizt mich sowieso, bin eher Nord als Südkind und dann auch dieses Städtchen, also phänomenal, wirklich. Superschön. Ich war vor ein paar Jahren da, parallel zu, was war denn das? Das waren die, Ironman, genau. Nicht für mich selber, sondern für meinen Onkel, der da teilgenommen hat, in Worcester, also in den Bergen im Norden, wo auch die Olympischen Spiele ein paar Jahre vorher stattgefunden hatten. Und das ist auch so traumhaft schön, da alles, natürlich Vancouver selber und die ganze Umgebung, absolut überteuert. Also ich glaube, rein vom Verhältnis, rein vom Verhältnis zum Durchschnittsgehalt, behaupte ich gelesen zu haben, dass es die, eine der oder die teuerste Stadt Nordamerikas ist. Krass. Also über dem Silicon Valley. Bei Heinrich Lenert muss es laufen, ey. Ja, perfekt. Wahnsinn. Aber es ist halt auch einfach so eine schöne Stadt. Also wenn man das Geld hat, klar, dann kann ich mir gut vorstellen, dass man da glücklich wird. Krass. Ja, toll. Also ich gönne es allen Menschen, die das können und ich weiß nicht, ich finde das so faszinierend, weil das ist so ein ganz anderer Lebensstil als meiner, aber es ist so, also gerade, es reizt mich schon, jetzt nach einem Jahr daheim rumsitzen, es ist halt wirklich, also es ist schon kein Zufall, dass ich jetzt so überlege, hier wegzuziehen, weil die Hummeln im Po, die wirbeln noch lauter als sonst sowieso schon. Das glaube ich, ja. Ich hatte auch zum Thema Hamburg in der, ich glaube, Episode vor, was waren das, zwei Wochen müssen jetzt gewesen sein, hattest du auch schon angesprochen, dass es eventuell nach Hamburg gehen würde. Ja. Ist da bestimmt ein Grund für? Jetzt muss ich mal erst mal kurz nachdenken, mit wem war das denn? Ach, mit der, war das mit, mit, mit der Frau Klauberg? Kann das sein? das war mit dem Jörg, mit dem Jörg Friedrich. Ach ja, mit Jörg, ach guck mal, ich bin, Zeit ist auch schon wieder ein Rätsel für mich. Ja, genau, also, oh Gott, ein Grund, also, ähm, ich finde das übrigens immer ganz, ganz spannend, wenn in diesem Format, wo ich mich immer so im Kopf so um meine Gäste drehe, eine Frage zurückkomme, weil das mich immer so völlig ohne, ohne Vorbereitung erwischt, aber ne, äh, beantworte ich gerne. Ähm, also, zum einen, auf jeden Fall, ähm, also, ich glaube, Pandemie ist auf jeden Fall ein Grund, also wirklich jetzt ein Jahr lang, nochmal mehr oder weniger, ich habe das ja, und nehme das ja auch weiterhin sehr, sehr ernst mit den Abstandsregeln und so weiter, in der Wohnung zu sitzen, das ist einfach erst mal schon mal, da kommst du, wie schon gesagt, raus und denkst dir, Leute, mal Bewegung ins Leben, das geht doch so nicht mehr, das ist so ein Grund, aber das ist auch nicht der einzige, also dann ist noch sowas wie, also ich lebe jetzt hier, also für mich ist das schon ziemlich lange, schon in Anführungszeichen, seit, um die acht Jahre, glaube ich, in Berlin, so etwa, jetzt ohne nochmal genau nachgerechnet zu haben, und das ist für mich schon lang, ich habe noch nie in meinem Leben so lang an einem Ort gelebt, von meinem, jetzt wo ich aufgewachsen bin, mal abgesehen, ähm, das, da merke ich auch so, langsam reicht so, ich habe die Stadt gefühlt durchgelebt, so, also, das klingt völlig quatschig, weil da gibt es vieles, was ich noch nicht gesehen habe, aber emotional, klar, und dann noch sowas wie, ähm, ich weiß nicht, also, auch so, ich habe ja, war hier auch in, in der einen oder anderen Beziehung, sage ich mal, und wenn die dann zu Ende gehen, ich finde, das färbt jedes Mal dann den Blick auf die Stadt, wo man ja auch viele Dinge gemeinsam erledigt hat, nochmal neu, und irgendwann ist dann dieses Fässchen, also, bei mir ist es so, ich weiß nicht, wie du da so tickst, äh, irgendwann ist dieses Fässchen voll an Dingen, die du da reinpacken kannst und mit bestimmten Orten verbindest, und wenn das voll ist, dann fühlst du dich nicht mehr gut, und dann sagst du, ich glaube, ich möchte irgendwann mal weg, und ich glaube, dieses Fässchen wird bei mir langsam erreicht, die, die, die volle quasi, äh, das, der Völligkeits, der Völligkeitsstaat, das ist, glaube ich, voll bald, und deswegen denke ich mir auch so, ach guck mal, so eine neue Stadt so, auch in gewisser Weise ein neuer Anfang, ohne jetzt viele Dinge aufgeben zu müssen, weil den Job kann ich ja einfach mitnehmen, äh, da, das reizt mich schon sehr, plus, und dann sind wir wirklich am Ende der Begründung, äh, das Klima ist einfach noch mir viel, so, so viel lieber als hier, also, Berlin ist ja auch irgendwie schon Norddeutschland, aber, also, ich bin halt wirklich ein Mensch, ab 17 Grad wird es mir zu warm, und das ist halt, in Berlin gibt es halt wirklich noch richtig warme Sommer auch, in Hamburg auch, aber insgesamt gibt es da auch mehr Regen, und es kommt mir sehr entgegen, also, das ist meine spontane Antwort, ich hoffe, du kannst da was rausziehen. Ja, klar, das macht absolut Sinn, als, als jemand, der wirklich aus Norddeutschland kommt, muss ich aber stark protestieren, gegen die Aussage, dass Berlin schon fast Norddeutschland ist, also, ich weiß, ich habe, ich war auch schon in Oldenburg viel, und ich war auch schon in Ostfriesland viel, und da habe ich mir gedacht, Leute, ich glaube, ich fahre gar nicht mehr zurück, also, vor allem, ich war Ostfriesland, ich war in Lea, ich weiß nicht, ob du das kennst, da habe ich mir wirklich gedacht, also, hier sind meine Menschen, ich möchte hier bleiben, ich möchte ertrinken in diesem trockenen Humor, und der schonungslosen Ehrlichkeit, und dem vielen Regen, ich finde es fantastisch, das war mein Ding. Es ist schon schön, ja, das stimmt. Das war wirklich, ja, eine Sache muss ich dir noch fragen, und das ist wahrscheinlich die schwierigste Frage, die du dir im Laufe dieses Gesprächs nochmal antun musst, weil die wahrscheinlich bis auf deine emotionalen Grundfesten geht, bei deinem Lebensstil ist ja eigentlich Haustierhaltung unmöglich, oder? Wie kommst du damit klar? Ja, mittlerweile leider ja, also, als ich hier in München aufgewachsen bin, bei der Familie hatten wir Hasen für, die Älteste ist neun Jahre alt geworden, was ja dann doch nur ein Stückchen ist, und das war sehr schön, und das vermisse ich sehr. Ich bin ein großer Tierfreund, und hätte mir jetzt, glaube ich, auch sehr gerne in der Pandemie ein Haustier angelegt, aber war mir da ganz im Klaren, dass sobald es wieder möglich ist, ich dann wieder rausgehe in die Welt, und eben nicht unbedingt die Zeit habe, und möchte da auch nicht jemand sein, der irgendwie ein, zwei Jahre lang sich ein Haustier hier angewöhnt, und dann das irgendwie bei der Familie absetzt, sodass das finde ich für die Familie, als auch für das Tier nicht fair. Finde ich toll, ja. Ja, es ist, also, sollte ja eigentlich idealerweise normal sein, aber es ist dann natürlich nicht, schauen wir mal, wie es nach der Pandemie weitergeht. Auf jeden Fall langfristig, ich bin großer Tierfan, möchte das irgendwie ermöglichen, und ich glaube, das wird wohl oder übel auch irgendwann mal der Grund sein, warum ich dann vielleicht, was das Reisen angeht, und was dieses ständige Hin- und Herziehen angeht, ein bisschen runterschalten werde, aber momentan ist es einfach nicht drin, was mich dann auch ein bisschen traurig macht. Also, ich bin immer sehr glücklich, wenn dann in einem Airbnb in der Beschreibung irgendwie steht, hier, Achtung, wir haben zwei Katzen, oder einen Hund, der dann auch gern am Ende des Betts schläft, oder so, ja, super, bin ich sofort dabei. Das genieße ich dann sehr. Oh Mann, ich wollte doch eigentlich, dass diese Frage so eine ganz leichthätzige wird, wo wir alle nochmal herzlich lachen, und dann uns verabschieden, aber jetzt habe ich dich, ich habe richtig gemerkt, wie du nochmal so eingeknickt bist. Ach Mann, ja, dann lass mich vielleicht was anderes sagen, das ist jetzt aber wirklich ja dann, also das ist, das tatsächlich dann, damit kann man dich, glaube ich, hoffentlich nicht mehr traurig machen. Eine Sache, die habe ich mir übrigens als Gesprächseinstieg mal notiert, aber das hat sich alles nicht ergeben, was ja auch nicht schlimm ist, aber jetzt kann ich es nochmal rausholen. Ich habe dich ja noch nie persönlich kennengelernt, wir haben uns ja, glaube ich, noch nie persönlich getroffen, glaube ich, oder zumindest nicht in vollem Bewusstsein, wer wir sind. Das glaube ich schon. Genau. Aber was ich immer, also immer sympathisch, also es gibt viele Gründe, um dich sympathisch zu finden, aber ein Grund, für den du jetzt nichts kannst, aber das ist schon direkt immer so ein verbindendes Element im wörtlichsten Sinne, wir sind so eh auf dem ähnlichen Spektrum der Hautfarbe, ach Quatsch, der Hautfarbe, der Haarfarbe unterwegs. Hautfarbe auch, aber Haarfarbe war das, was ich meinte. Und das ist ja was, was gar nicht so häufig ist, rothalige Menschen und das ist tatsächlich, ich weiß nicht, das werden vielleicht jetzt nicht alle Zuhörerinnen und Zuhörer verstehen, nachfühlen können, aber mir geht es schon so, wenn ich Menschen sehe, die etwa dieselbe Haarfarbe haben wie ich, ich fühle ein Verbundenheitsgefühl. Auch in der Bahn früher, vor der Pandemie, wenn ich rothalige Menschen gesehen habe, muss sich richtig mit mir beherrschen, nicht so ein, wie so ein Grinsen rüberzuwerfen, was Busfahrer machen, wenn sie aneinander vorbeifahren. Weißt du? Und also das ist, das möchte ich dir nur noch mitgeben. Das ist was, wo ich immer denke, ach guck mal, noch einer. Ja, das finde ich auch schön, was ich zugeben muss, ich bin da immer sehr cheesy, also mittlerweile habe ich mir das angewöhnt und wenn ich da jemanden sehe mit roten Haaren und an denen vorbeiläuft, dann sage ich denen das auch so, ach ja, schöne Haarfarbe hast du. Das ist immer so halb unangenehm, aber ich finde es toll, ich finde das super. Ja, schön. Guck mal, ich werde mir das merken, wenn wir uns tatsächlich jetzt irgendwann mal in den nächsten 35 Jahren in Vancouver treffen sollten, dann werde ich das tatsächlich sagen, ich werde das als allerersten Satz sagen, schöne Haarfarbe, und dann werde ich mal drauf achten, ob du dich noch erinnern kannst, warum ich das sage. Da bin ich sehr gespannt. Da bin ich sehr gespannt. Sehr gut, da freue ich mich doch drauf, dann noch ein weiterer Gumpel, sich in Vancouver zu treffen. Oh Gott, das wird alles sehr spannend. Ja gut, also ich danke dir sehr, wir sind am Ende unseres Gesprächs einkommen, das war eine wunderschöne Reise durch dein Leben und die Zukunft und verschiedene Reisespots. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute, dass das alles gut klappt, auch mit der Ankunft im neuen Job dann oder in den neuen Jobs im Plural und wenn du doch mal sagen solltest, Spielejournalismus wie wär's, ich bin mir sicher, da gibt es einen Platz für dich, nur damit du deine Ambitionen vielleicht nicht ganz untergehen lässt. Danke dir vielmals, Tom, das war sehr schön und dir natürlich auch alles Gute mit dem hoffentlich bald anstehenden Umzug in den richtigen Norden. Richtig, Vancouver, ich komme. Also bis bald dann, ne? Tschüss. Tschüss. So, das war mein Gespräch mit Christopher Wulff. Heute denke ich mal wieder dran, hinten dran eine kleine Abmoderation dran zu schmieren, denn beim letzten Mal aufmerksame Hörerinnen und Hörer werden es gemerkt haben, habe ich das vergessen. Ich habe es vergessen. Es war, manchmal passiert das, beziehungsweise, was heißt denn manchmal? Wir sind mittlerweile bei über 70 Folgen, oder? Ich glaube schon. Wir sind irgendwo zwischen 60 und 70 Folgen und ich habe bisher ein einziges Mal vergessen, davor eine Abmoderation zu machen, beziehungsweise da war es sogar ein technischer Fehler, das war die Folge mit Heinrich Lehnhardt und jetzt ist es nochmal passiert, beziehungsweise letzte Woche. Aber ich denke, das ist so ein bisschen einfach so, ich meine, wenn man angelt, findet man ja auch nicht jedes Mal einen Fisch, sondern manchmal auch einfach nur einen Reifen und ich finde, bei einer Folgenzahl zwischen 60 und 75.000 sind zwei Reifen eine ganz gute Ausbeute. So, und mit diesen weisen Worten entlasse ich euch in die nächste Woche. Wir hören uns wieder am nächsten Sonntag oder am Freitag, je nachdem, ob ihr OKCOOL unterstützt bei Steady oder nicht. Ich wünsche euch eine ganz tolle, wunderbare Zeit, passt aber euch auf und dann, ne, bis bald! 6. 7. 10. 13. 14.